Zack, 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 zack. Einmal hier aufmachen. Bisschen Lude-Mucke werden wir hier alles looten. Okay, das können wir nicht aufheben. Äh, machen wir halt so auf. So, was haben wir denn? 5, 1, C. 5, 1, C. C, WD, 5, 5. Sehr schön. Noch mehr hier drinnen. Messages, pick up. Blablabla. Mh, mh. Zack, zack. Eieieiei, ich werde diese ganzen Nebenquests machen. Oh, das ist, äh, ganz mal anstrengend. Äh. Schade, ich hätte wahrscheinlich auch noch beide anderen bekommen können. Aber ich habe es schlecht gemacht. Oh, der war. Eieieiei, liegt hier viel Scheiße rum, geil. Äh, achso, wir sollten auch mal gucken, ob ihr... Na, guck mal, hier haben wir nämlich wieder zwei Messages. Ah, friendly mode. Ganz schade, dass dieses Turnoff nicht die ganze Zeit anhält. Oder bis zumindest die Gegner es gefixt haben oder so. Das ist mir nicht ganz gut. Okay, warum ich das jetzt reingesteckt habe? Äh, 1, C, 1, C. Ja, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1, C. Fünf, eins, zehn, neun, fünf, fünf. So, mal das. Okay. So. So. So, hierfür Files. Leave the area. Get off, turn off. Open. Sesam, öffne dich. Zack, zack, zack. Wir legen die auch mal auf. Mal sonst noch irgendwas cooles hier. Wir können direkt nochmal connecten hier. Mit Connect. 55, 55. 50. Shhh. Et neun, ne. Ich seh, ich seh über der. Fünf, fünf, fünf. Fünf, fünf, neun. Das ist halt auch echt ein Spiel, wo man auch noch Muni gehen kann. Bei einem Notfall könnten wir selbst welche craften. Aber. Man findet so viel. Was, glaub ich, eher weniger nötig ist. Was? 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 Huhh? No, no, no. Moment, Lord. So. So. Okay. Hier soll noch irgendwo eine gleiche sein, die ich will nicht sehen. Hm. Dann müssen wir aber noch ganz oben. das war jetzt den wir brauchten da wollte sich das ding fast vor mir verstecken damit und haben wir das hier alles geklärt so gucken wir uns mal die sich an die wir bekommen haben richtig richtig quality um ein neuestes sword rifle könnte eventuell geil sein revolver auch geil bonus wirklich schön bleeding chance family damage burn chance die chance ist halt viel zu hoch zeig mal her so wie man die schießt ok warte mal haa 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 hmmm das die somethingschener nicht davor hatte wo nehme ich den revolver Ich nehme den Revolver, glaube ich mal. Ja. Wo ist mein Auto? Da kommt es. So, eventuell auch noch mehr angucken, weil wir natürlich auch neue Rüstung haben. Das ist besser. Oh, sorry, ich habe mich ans Mikro gekommen. Das ist nicht besser, das ist nicht besser. Das ist nicht besser. 10 Amor. Nee, nee, nee. Auch nicht. Das tun wir mal rein. Wirken Glitch und Ingemann. Okay. Sehr schön. Hm. Wir müssen das Ding, was wir gerade bekommen haben, banken. Das ist auch wohl der Stress, oder wie? Nee. Okay, ich mache den Revolver. Okay. Einfangen. So, ja, kann ja wissen, dass ich eine Wumme hier habe. Vorsicht, schon weiter. Thanks for the Shard. Shard will come in handy. Get closed. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm, mhm. Ah, Streetcrap 28 inzwischen. Das ist schon ein gutes Stück, ne? Ah, I for sure here it. Ich will noch mal kurz vorspeichern. Ich will noch mal kurz vorspeichern. Okay. 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 Let's see. Oh, ich finde die Schrodi wird immer noch besser, ne? Die Schrodi seid zu gut gerade. Alles meins, alles meins. Wow, ihr habt aber gutes Loot hier. So, hallo. Guck mal. Nehm ich gerne. Okay, hier haben wir noch mal items. Okay. Ne, ich wollte nicht in die Kamera raus. Ich wollte auf die Map, um zu gucken. Gehen. Thief. Guck mal, Autos autoriert hier. selber so was hast du denn nur genau Ich hoffe so, denn ich habe eine neue Gig für dich. Du hast eine Klappe-Rekorde von einer Maelstrom-Initiation. Willst du noch mehr wissen? Checkt, was ich mitgebracht habe. Gut, speichern wir vor. Okay, ich würde sagen, diesmal machen wir ein... ...ein Zero-Hack-Run. Go, go, go! Und machen wir... ...dkf- ...denkf- ...denkf- ...dkf Jetzt müssen wir uns noch in alles reinhängen, ne? 1c bd 5 5 1c 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 Jetzt hört die Kampfmusik nicht auf, weil mich die Kameras hier die ganze Zeit entdecken Ja, komm hier Ah, ich fühle mich nicht so gut Ok Ok 5 5 1c Äh, dann versuchen wir mal Ah, das stimmt, wir müssen ja direkt Ja, das war ein bisschen bad Ich wollte diesmal nur austesten, ob man nicht auch verschiedene Also ob das egal ist, was für eine Kombination man macht Aber da muss man nur wirklich drauf achten, schade Wär auch zu einfach sonst, also macht schon Sinn Der war nicht schade ich jetzt an Hmm. ja mein bd 1c 1c